Ich heisse Gwendoline, bin 19 Jahre und komme aus Winterthur und das liegt bei Zürich. Einfach einmal gemacht, jetzt gehe ich dann studieren und wahrscheinlich würde ich es bereuen, wenn ich es nicht machen würde. Also habe ich mich dann angemeldet. Ich liebe zwar Kleider und Schminke und all das Kunst und so Zeugs, aber so Naturwissenschaften, ich weiss nicht, also es ist so mehr mein Ding. Ich will Physikalische Chemie studieren und zwar würde ich gerne so im Bereich der Forschung etwas machen, aber so Krebsforschung am liebsten, aber da ich ein bisschen paranoid bin und ein Hypochon, dann will ich nicht Medizin studieren. Also ich war so an der Uni und machte so ein Praktikum und ich finde die meisten Studenten sind voll gut aus. Das war's! Das war's!